Ach, herrlich. Das erinnert mich an alte Zeiten. Du meinst, als du noch unter 100 Kilo gewogen hast? Nee, an die Zeit, als ich noch in der Rockband Bluebirds gespielt habe. Das war die beste Band im ganzen Westen. Im ganzen Westen von Arnsberg. Ich frag ihn mal nach seinem Gewerbeschein. Nee, 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 du, lass mal, lass mal. Das ist ein Künstler, dem kannst du nicht mit Paragrafen kommen. Dann frag ich ihn jetzt mal auf seinen Gewerbeschein. Nee, nee, lass mal, lass mal, lass mal. Ich sag doch, dem kannst du nicht mit kleiner Paragrafen reitereikommen. Das macht man anders. Ach, und wie? Ich sag doch, dem kannst du nicht mit kleiner Paragrafen reitereikommen.